In der neuen Season 4 gibt es wieder mal jede Menge Aufgaben und bei den Aufträgen sieht man auch schon hier die Paradiesaufträge. Hier gibt es den ersten Teil mit jede Menge Aufgaben. Die erste Aufgabe war hier, mach dich während deiner nächsten Busfahrt bereit für den Anruf von Jones. Da muss man wirklich einfach nur im Bus sitzen und kriegt schon die nächsten Aufträge und das sind wirklich verdammt viele. Und die gehe ich jetzt einfach alle mal kurz durch. Ich zeige euch die nacheinander mit ein bisschen Musik unterlegt. Also könnt ihr das Ganze entspannt anschauen ohne meine Stimme und ich würde sagen, wir legen direkt mal los. Der Computer des Wissenschaftlers ist leicht aufgebracht. Welch glausame, gnadenlose Sub-Routine tut mir sowas an? Aber vielleicht hat sie nützliche Daten für uns. Also geht zum Realitätsbaum. Bis dahin sollte sie wieder zum Scannen bereit sein. Computer, scanne die seltsame Wucherung am Baum. Nein. Also, zeig mal dein Geräusch. Aber ich höre noch etwas anderes. Wenn ich die Nachricht entschlüssele, müsst ihr den Wissenschaftler finden. Was steht ihr da doch so rum? Schwingt die Hufe! Machen wir ja, aber... Hör zu, Kim. Wir brauchen deine echt praktischen Datenbanken für das große Ganze. Okay? Denn wenn wir die Insel nicht retten, kann der Wissenschaft auch nicht zu ihr zurückgehen. Wir sollen dem Paradigma also ein Zeichen schicken. Wenn wir die Nachrichten, die vom Baum kommen, entschlüsseln, können wir ihm auch verschlüsselte Nachrichten schicken. Wir sind da oben in deinen Knochenhäuser auch militärisch. Die Kodierungschips installiert. Sammler ein paar Teile für Game und sie baut uns ein Übersetzungsgerät. Stimmt auch! Stimmt auch! Startaufnahme. Paradigma, hier ist Jones. Wir haben deine Nachricht erhalten. Bring das Übersetzungsgerät zum Bauch. Dann testen wir es. Jungs, du kannst mich hören. Jetzt können wir große Lachen. Bis zum nächsten Mal. Parad, Schrift. Nein, Kipp, konzentrier dich. Wir finden ihn. Du musst die Chromexperimente des Wissenschaftlers vollenden. Oder auf ewig leiden. Klingt vielleicht nach viel Programmierung, aber ich liebe es, Forschung mit Gewalt zu verbinden. Oh, ich liebe es, ich liebe es, ich liebe es, ich liebe es. Oh, dem Wissenschaftler hätte sicher total gefallen, wie der Nanonebel den Naturgesetzen trotzt. Er ist so ein Forschungsrebell. Suche eine Gruppe und bringe sie zum Landwurf für weitere Experimente. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Aber es ist ziemlich gefährlich. Also los geht's. Halt deine Waffen bereit. Wir erledigen die Vorbotin. Und? Reliefs. Geht's allen gut? Das Kuh ist noch da. Aber ich fühle mich super. Raffa! Mal lesen die Corona-Songer. Steck. Tut mir leid. Der Wurfang ist. Ich kann nicht mehr. Bleib statt. Okay. Und halte zusammen. Diese Nachricht vom Paradigma war unser Signal zur Untertauchung der Insel. Grund des Wissenschaftlers. Ich werde dir diesmal vertrauen. Ich meine mich wieder, wenn die nächste Phase des Plans beginnt. Gut bei mir. Motivation. Ich bin jetzt für ein international B-Songer.